Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mi-Nachrichten war der 10. März 2021. Am 10. wurde ein neues Denkmal enthüllt, das Geldjung darstellt. Vor 20 Jahren entstand eine landesweite Bewegung zur Errichtung dieses enormen Denkmals. Auf dem Ist-Anbul-Berg, zu dem Geldjung eine besondere Beziehung hat. Bei der Enthüllung spaßte Geldjung vor dem anwesenden Publikum. Das sieht mir ja ähnlicher, als ich mir selbst ähnlich sehe. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Bewundernswert, aber? Wow, was für eine Gemeinheit. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Abda Larsenbesch. Der 10. März war das Sendedatum dieser Mi-Nachrichten.